Hallo? Ja. Wo kann ich mit dir nur reden? Genau. Das ist wunderbar. Ich mach weiter. Du hast bei deinem Video schon Aufsuche. Respekt. Ja. Geil, ne? Skill mit Phil. Habe ich noch nie gehört. Ist das auch ein YouTuber? Mal fragen, wer Skill mit Phil ist, wer ist das? Ist das auch ein YouTuber oder was? Nein, das sagt Herr Worte. Ach so, ja dann. Skilltechnisch gar nicht und deswegen sagen wir immer, dass Skill mit Phil. Ach so, ich dachte, das ist ein YouTuber, dann dürfte ich es nicht sagen. Nein. Ich kenne dich nicht, das ist ja wunderbar. Wunderbarer. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Auch muss man schon wieder. Bayern. 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 F.C. Legende. F.C. Rambo. Wunderbarer. Westen. Aber warst du gar nicht dabei? Guck das Video an, wo wir richtig abgegangen sind. Ne, das stimmt gar nicht. Das war ja das Video an. nicht wo ich das gleich aufgenommen habe wo das mit den zwei roten Karten sind das war eine klasse Flanke aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers nach Böckchen die Schicht Lohr ich sag mal Lohr Prozent ich bin nicht durchgebt er soll sich nicht die gelbe Karte und er soll weiter es ist leicht er hat 86 ich dachte meine 88 ist meine Beschleunigung als Katzen Nählen in der letzten Video angucken wenn ihr es anguckt aber es ist selten durch die Mitte es geht mit B Nählen wie es nicht gut aber schon wieder so einen Muts und so ein Mutschie ich bin großartig voll drauf Stoß er für den Markt das sind zu sehr hoffen der Kurschmutter das steht man hat es nur noch die Kursse die Kursse bei der Scheiße er war voll zurückgezogen der 3 4 los mit dem er ist klar wir gucken gerade 1 gegen 1 Torwart und mit Fäder und er geht und grätscht weg das ist abgeprallt Eure es geht mit dem mit Wettel ist das Wissen gut mit gespielt er geht ich bin da an es geht Prozent ich bin immer Achtel Achtung der Schiedsrichter Herr und was da jetzt ein hey ja Gott Gott das können wir jetzt nicht mal mal rück rückblick ein Feedback ist Prozent ist kein Abseits der Prozent kein Abseits nur eine Scheiße kann man nicht sehen mehr mehr zu mir weiß Röö Röö das ist das ist der Sinn daran aber erkennt ihr keine wie er kann ich ja keine Videos mehr weiter waren das habe ich nicht verstanden ZRG da einige Kürzer zu ihr könnt jetzt ZRG oder viele erfolgreiche YouTuber werden da Prozent nehmen Prozent neben darsteller meiste Prozent der ist schon beliebt und nicht bei den Frauen war war ich bin müde da geht es aha hey Junge kann ich den nicht passen und über diesen Pass freut sich nur der Gegner denn der kriegt ein Wurf immer wieder liefert er herausragende Arbeit ab als Vorbereitung der Vorbereitung und das sieht nach einer guten Torchance aus wo wir kommen geht er rein Vorsicht es ist doch nicht vorbei was macht er denn da ja ich dachte also wenn wir weiter rauskommen da steht er da nicht da steht er da nicht ja wer nimmt hier ja aber so kannst du das Ding auch nicht verwerfen warum gibt es nicht bei FIFA irgendwie Tattoos ja ok für dich nicht aber Ahnung das finde ich irgendwie jetzt kommt Polo ja 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 antizipieren er ließt die Situation und schnappt sich das Spielgerät ja Entscheidung korrekt oha das für eine riesenmöglichkeit gewesen wäre das brauchen wir aber nicht ja man halbzeit das erscheinen macht man eine kleine Zweck der Ballen immer kommt immer ein Teil der im Bild von der die Erken geht so nützlich da hat einer auf den Dackel getreten heute also völlig ohne jede Chance auf dem Dackel also Dackel über 89 oder 19 okay und dann? 80 äh nein das ist der andere schätze ich mal oder? 89 89 ja die haben nur 89 aber zentral offensiv ne von daher ja meine Leistung so die Leistung ist aber sehr bei ihm scheiße oh ein Tor voll aus und nur noch zwei Kopfballtore wow jetzt sind wir ganz ruhig so auch von uns aus kann es wieder los gehen die zweite Halbzeit ist angebildet ja ja eine Geld nicht ohne Geld und dann? kann ich achten ja 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 das bringt nicht den gewünschten Erfolg nein du Affen du Affengesicht mh ja 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 warum geht das nicht warum geht das nicht warum geht das nicht ja 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 fehlt noch ein ein weiterer dann ist es eine Milchschnitte ja 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 echt das gerade abseits in diesem Punkt er wollte mich abknutschen erholen im richtigen Moment ist er am richtigen Ort was machen sie jetzt draus wir haben wir auch nicht mehr weiter er er ach komm du Schweinebacke zu früh gestartet abseits schönes Stellungspiel so kann er den mal die Reichtigkeit abfangen er ist ganz konzentriert keine Gefahr so gut gemacht er ist schon das dritte Mal jetzt ist es mal ein bisschen das ist jetzt die in der er hat er hat er hat er hat er hat was denkst du denn ich habe ein Viertel davon den Weg ein Stoß ja etwa ist aber ein nicht abstoß oder hast du gesehen dass er den Mützungen zum Dienst gezeigt wird oh mein Gott was war das denn ein Pallrücksierer ja ich wusste ja was mach ich denn, mach das mit eine souveräne Leistung des Verteidigers nein, 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 zu, zu, ups jetzt erst mal ausrufen dann wird es besser besser und härter kannst du nicht schießen aber besser kannst du auch nicht halten Schießrichter entscheidet sofort auf Eckball wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen dann geht's ab, Alter der Dom kriegt Verletzungen davon oh Junge oh, das war bei FIFA 12 schon bei mir wo ich Pro gezockt habe da hinten stehe ich da hinten stehe ich Achtung, Test JA ach scheiße viel viel Was macht denn? Hier ist aber so ein bisschen gut hier. Wie viele Torschüsse hat es heute eigentlich gegeben? Gucken Sie sich die Statistik an. Sorry. Ey. Schiris vor dem Spielende noch mal die Freizeitungsmöglichkeit. Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0 zu 3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir Kopfballmöglichkeit. Abseits. Da hat er abseits gepfifft. Na ja, besser wie ein Konter. Ja, oben. Mal wieder. Einer scheiß nur auf Toilette gerade. Oh, es ist Ladohängung. Ach, mein Gott. Wir gucken gerade von oben. Nein, das wäre auch kein oben pass. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Er konnte passen. Das war kein Schuss. Das war ein Bums, aber souverän gehalten. Ein Bums. Worte nur eins. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgräte. Haha, geh ein Schritt zur Seite. Ach komm, wenn ich meinen schnellen Pass machen will. Er ist einfach zu früh gestartet. Kommt da nie an. Kommt da mal hergerlich. Hier kommt die vergleichsamen. Kommt da nicht. Pass auf, ne? Jetzt wollen wir da gerade so an der Seite. Mhm. Vor allem sei so. Hoppala! Haha. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. So, für einen Angriff reicht's noch. Der könnte ihn jetzt noch den Ausgleich bringen. Ein Spieler am Boden. Sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Abseits. Keine Ahnung. Schon wieder. Was? Du warst schon wieder verletzt. Nein. Sorry. Wo steht das? Jetzt haben wir das Endergebnis. 2 zu 8. Wir haben über die Höhe des Sieges diskutiert. Pustekuchen. Ja, das war deutlich enger, als man das erwarten konnte, Manni. Also, das war eine richtig enge Kiste. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Bräugmann. Ich sage Ihnen tschüss. Auf Wiedersehen. Bis die Tage. Ja, ich sag auch tschüss. Bis zum nächsten...